So, hallo liebe Leute, ich wollte mich mal bei euch bedanken. Und zwar bin ich hier in so einem ganz tollen Laden in die Saan Hagen. Ich hänge euch den Link nochmal unter, da gibt es tolle Sachen. Ich habe ja heute Geburtstag, bin offiziell Rentner geworden und deswegen sage ich bei allen Leuten mal Dankeschön für die netten Grüße. Ich freue mich sehr darüber. So, Leute, habe ich ja gesagt, ich bedanke mich. Und was ganz wichtig ist, das muss man einfach mal sagen, denn ich habe gerade festgestellt, dass Facebook doch wesentlich besser ist wie YouTube. Weil wir sind ja Deutsche und wir haben so eine Statistik. Ich habe 17.000 Abonnenten bei YouTube. Davon hat mir nur ein einziger zum Geburtstag gratuliert. Die Statistik ist jetzt nicht wirklich geil. So, wie gesagt, Facebook ist doch eine ganze Ecke besser wie YouTube. Bei YouTube war die Prozentzahl, die können wir gar nicht ausrechnen. 0, so und so viel Prozent. Und bei Facebook lagen wir wesentlich höher. Da habe ich ja sehr viele Glückwünsche gekriegt und habe ja nur 200 Freunde. Also da liegen wir im Prozentbereich 10 bis 15 Prozent. Ich bedanke mich dafür recht herzlich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Rolf. Ciao. 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 Ciao.